Musik Rubinia ist ein Rebell und irgendwie auch ein Weltverbesserer, aber jetzt nicht so ein kitschiger oder ein verklärter, sondern eigentlich ein ziemlich schlauer, ein schonungsloser, ein ehrlicher, ein komplexer und zugleich auch ein sensibler. Und die zentralen Aspekte seiner Arbeiten sind das Leben, die Erfahrungen, die Angst und der Mensch. Und seine Bilder überspitzen dabei das Finstere und das Ernsthafte und das Tragische. Und sie tun das so sehr, dass man dazu geneigt ist, zu sagen, es ist ja doch alles vielleicht gar nicht so schlecht und so düster, wie es jetzt da dargestellt ist. Und genau das beabsichtigt er. Kunst geht über das Wort hinaus. Und das erinnert daran, dass unsere Sprache manchmal nicht ausreicht, um das zu beschreiben, was wir fühlen, was wir empfinden und wahrnehmen. Und da finde ich es schön, weil seine Bilder das mit Hilfe von Farben ausdrücken, was man einfach manchmal nicht in Worte fassen kann. Was ich auch sehr gut und interessant finde, ist, dass die Bilder, wie Antonio gesagt hat, gegen den Verrat und die Verklärung der Gesellschaft protestieren. Denn Robinia will, dass die Menschen wieder hinsehen, dass sie nachdenken, dass sie ihre Ignoranz abschütteln und aufmerksam werden für das, was in ihrer Umgebung passiert oder auch nicht und welche Konsequenzen das hat. Musik 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 Musik